Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Für den Krebs, ein Zeichen, das sich oft durch seine emotionale Tiefe und seine intuitive Natur auszeichnet, ist der heutige Tag durch eine komplexe Mischung aus Unentschlossenheit, gesteigerter Intuition, Erwartung eines bedeutenden Durchbruchs, finanziellen Herausforderungen in Beziehungen und emotionaler Sensibilität unter dem Fischemond gekennzeichnet. Der Tag könnte mit einem Gefühl der Unruhe beginnen, mit dem Wunsch, mehrere Wege gleichzeitig zu beschreiten, aber du könntest dich durch eine unklare Richtung oder widersprüchliche Energien gelähmt fühlen. Dieses innere Tauziehen könnte es dir schwer machen, den Tag voll auszuschöpfen. Das Wichtigste ist, dem Drang zu widerstehen, übereilte Entscheidungen zu treffen. Nimm dir die Zeit, alle deine Optionen sorgfältig zu prüfen. Wenn dir keine der Optionen richtig erscheint, ist es besser, zu warten, anstatt eine Entscheidung zu erzwingen. Geduld und Überlegung sind heute deine Verbündeten. In dieser Zeit erfährst du auch ein verstärktes Gefühl der Anerkennung, sowohl von anderen als auch von dir selbst. Das derzeitige kosmische Klima verstärkt deine Sinne und deine Intuition, was zu Erfahrungen oder Einsichten führen kann, die sich fast paranormal anfühlen. Diese verstärkte intuitive Fähigkeit ist ein Geschenk, aber auch eine Verantwortung. Es ist wichtig, dass du deinen Wunsch, Gutes in der Welt zu tun, mit dem Bedürfnis, auf dein eigenes Wohlbefinden zu achten, in Einklang bringst. Um deine körperliche und emotionale Gesundheit zu erhalten, ist es wichtig, auf deinen Körper zu hören und auf die Führung deines höheren Selbst zu achten. Beruflich oder privat hast du vielleicht das Gefühl, dass du kurz vor etwas Bedeutendem stehst. Allerdings hast du das Gefühl, dass noch nicht alle notwendigen Elemente vorhanden sind. Jetzt ist nicht die Zeit für impulsives Handeln oder voreiliges Handeln. Wenn du wartest, bis die Umstände günstiger sind und alle Elemente zusammenpassen, hast du bessere Chancen auf Erfolg. Vertraue auf den Prozess und das Timing Finanzielle Fragen könnten eine Quelle von Spannungen in deiner Liebesbeziehung sein. Unerwartete Ausgaben oder zusätzliche Rechnungen können zu einer gewissen Belastung führen. Die beste Herangehensweise an diese Herausforderung ist eine offene und ehrliche Kommunikation, sowohl mit deinem Partner als auch mit allen anderen beteiligten Parteien. Wenn du diese Probleme gemeinsam ansprichst, anstatt dich zu ärgern oder zu verteidigen, können die finanziellen Schwierigkeiten gelöst werden und deine Beziehung kann wieder aufblühen. Wenn in dieser Weihnachtszeit die Sterne am Winterhimmel funkeln, kündigen sie ein herzerwärmendes und unerwartetes Wiedersehen an. Wenn die Weihnachtslichter einen gemütlichen Schein verbreiten, ist das Universum bereit für eine besondere Überraschung, die Wiedervereinigung mit einem alten Freund oder Verwandten. Diese Zeit des Jahres, reich an Erinnerungen und Nostalgie, ist die perfekte Bühne, um Beziehungen wieder aufleben zu lassen, die mit der Zeit verblasst sind. Stell dir die Freude vor, wenn du von jemandem hörst, mit dem du wertvolle Momente teilst, mit dem du aber seit Jahren nicht mehr gesprochen hast. Mach dich dieses Weihnachten auf eine emotionale und freudige Überraschung gefasst, wenn eine frühere Verbindung wieder auflebt und eine Flut von schönen Erinnerungen mit sich bringt und die Chance bietet, neue, schöne Erinnerungen zu schaffen. Nimm dieses Geschenk der Wiedervereinigung an, eine wahre Verkörperung des Weihnachtsgeistes. Der Einfluss des Fischemondes sorgt heute für eine Schicht emotionaler Zärtlichkeit und Sensibilität. Es ist wichtig, auf deine emotionalen Grenzen zu achten und klare Grenzen zu setzen, vor allem bei Interaktionen, die anstrengend werden könnten. Für deine emotionale Gesundheit ist es wichtig zu wissen, wann du dich zurückziehen und deine Energie schonen musst. Diese Mondposition bietet auch einen fruchtbaren Boden für Selbstreflexion und Tagträume über deine Zukunft. Unter dem Fischemond ist es eine gute Zeit, um über deine langfristigen Ziele nachzudenken und dich von deiner Fantasie und Intuition leiten zu lassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Krebs heute einen Tag hat, an dem er innere Konflikte bewältigen, seine Intuition nutzen, zukünftige Durchbrüche vorwegnehmen, finanzielle Herausforderungen in Beziehungen angehen und sich in emotionaler Selbstfürsorge und Zukunftsplanung üben kann. Es ist ein Tag, an dem du geduldig Entscheidungen triffst, auf deine innere Stimme hörst, dich auf zukünftige Erfolge vorbereitest, effektiv über finanzielle Angelegenheiten in Beziehungen kommunizierst und unter dem nähernden Einfluss des Fischemondes große Träume für deine Zukunft hast. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Teufelskarte symbolisiert Knechtschaft, Versuchung und Materialismus. Sie steht oft für eine Situation, in der du dich durch ungesunde Anhaftungen oder Wünsche gefangen fühlst. Für den heutigen Tag legt der Teufel nahe, dass du auf alle selbst auferlegten Beschränkungen, Süchte oder Besessenheiten achten solltest, die dich vielleicht zurückhalten. Er erinnert dich daran, dich von negativen Einflüssen zu befreien und die Kontrolle über dein Leben zurückzugewinnen. Der König der Münzen ist eine Karte des finanziellen Erfolgs, der Stabilität und der verantwortungsvollen Führung. Diese Karte steht für eine Person, die praktisch, zuverlässig und geschickt im Umgang mit materiellen Ressourcen ist. Heute bedeutet der König der Münzen, dass du in der Lage bist, deine finanziellen oder materiellen Angelegenheiten praktisch und verantwortungsvoll anzugehen. Es ist ein Tag, an dem du dich auf Stabilität und solide finanzielle Entscheidungen konzentrieren solltest. Die Vier der Schwerter ist eine Karte der Ruhe, der Erholung und der Selbstreflexion. Sie deutet auf eine notwendige Pause hin, um sich zu erholen und neue Energie zu tanken. Heute ermutigt dich die Vier der Schwerter dazu, eine Pause einzulegen und vom Druck des Alltags Abstand zu nehmen. Es ist eine Zeit, in der du dich ausruhen, über deine Umstände nachdenken und neue Kraft und Klarheit gewinnen kannst, bevor du weitergehst. In ihrer Beziehung zueinander weisen diese Karten auf die Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen deinem materiellen und spirituellen Wohlbefinden hin. Der Teufel warnt vor übermäßigem Materialismus und Anhaftung, während der König der Münzen die Bedeutung von praktischer finanzieller Stabilität hervorhebt. Die Vier der Schwerter unterstreicht die Notwendigkeit, eine Pause einzulegen und über deine Prioritäten und dein allgemeines Wohlbefinden nachzudenken. Achte heute auf das Gleichgewicht zwischen deinem materiellen Streben und deinem inneren Frieden. Achte auf ungesunde Anhaftungen oder Obsessionen, die deinen Fortschritt behindern könnten und strebe nach finanzieller Stabilität und verantwortungsvollen Entscheidungen. Vergiss jedoch nicht, dir Zeit für Ruhe und Selbstreflexion zu nehmen, um deine Gesundheit und dein Gleichgewicht zu erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020